Hallo und herzlich willkommen hier zum Talus, äh Quatsch, weil das Spiel, ich meine natürlich zur Geheimakte Tunguska, ne? Talus kommt auch wieder, klar, aber nicht jetzt. So, wir machen weiter. Äh, ja, das letzte Mal haben wir ja wieder einiges geschafft, ähm, ja, endlich, weil ich weiß, in der einen Aufnahme, wo ich dann aber weggeschmissen hab, weil ja das Bild nicht mit war, da war ich ewig gehangen erst mal, das hatte ich ja jetzt vermieden, dadurch, es hat auch was Gutes, dass ich euch nicht langweile, ne? Aber es ist ja auch mal interessant zu sehen, wenn einer das Spiel gar nicht kennt, äh, wie der da dann versucht durchzustolpern, ne? Äh, manchmal kann es logisch agieren, manchmal auch nicht, weil die Logik in Spielen ja auch oftmals komisch ist, ja. Mittlerweile haben wir eine Videokassette gefunden aus der Kamera im Bad und wollen mal sehen, was da drauf ist. Äh, und zwar können wir das wahrscheinlich hier im Kontrollroom, da haben wir auch dieses lustige Metall-Ei, was für die Maschinerie da zuständig ist. So, da wollen wir uns mal angucken, das Video. So. Oh, da ist wohl noch ein Rest von einer anderen Aufzeichnung drauf. Sieht aus wie der Raum direkt nebenan. Diese Nicole Chalroix diskutiert mit einem extrem elegant gekleideten Typen. Leider steht er mit dem Rücken zur Kamera, aber ich könnte schwören, dass es... Was passiert da unten? Oh oh, was war das? Aha. Wahrscheinlich der, wo man telefoniert hat, da. Der Typ. Ich habe gehört, es ist soweit. Ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles vorbereitet. Mit dem Artefakt ist es uns tatsächlich innerhalb kürzester Zeit gelungen, die Strahlenfelder auf das gewünschte Niveau zu bringen. Also habe ich recht gehabt. Mit dem Artefakt? Mit Ihnen, Professor Chalroix. Ihr Team hat wirklich gute Arbeit geleistet und Sergei Oleg ebenfalls großes Lob. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Jetzt aber genug der Selbstbeweihräucherung. Wir haben noch viel vor uns. Die Menschheit wartet darauf, dass wir hier ein paar Entscheidungen abnehmen. Massimo Gartoso? Wenn der seine Finger im Spiel hat, muss es um eine ganz große Sache gehen. Und wenn er sich dafür extra ans Ende der Welt begibt, dann möchte ich mir lieber gar nicht ausmalen, wie groß die Sache ist. Eigentlich habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sorge für den ganz großen Knall oder ich sterbe heimlich, still und leise vor mich hin. Nach Sterben ist mir gerade ganz und gar nicht. Also sollte ich mir irgendwas einfallen lassen, was ordentlich Kabumm macht. Nur allein werde ich wohl nicht viel ausrichten können. Ich brauche Hilfe. Und zwar schnell. Hm. Okay. Wie wären raggede Angriffe? Ja, wer weiß. Na ja, gut. Wir werden es schon hinkriegen. Okay, dann war das also die ganze Zeit der Massimo Gartoso, der da immer in diesem Hochhaus da telefoniert hat dann. Den man da dann immer gehört hat oder gesehen hat zum Teil. Ne? Gut. Ja, wir könnten vielleicht da ja an den Kontrollen rumspielen. Vielleicht explodiert das Teil ja dann irgendwie oder sowas. Naja, wir sollten aber auch mal unseren Vater sehen, wo der ist jetzt. Wir wissen das ja nicht, ne? So, ähm, können wir da jetzt noch irgendwas machen an dem Bild? Ein riesiger Plasma-Bildschirm. Ne. Wozu brauchen die so viele? Ne. Gut, das Videoband bleibt jetzt drin. Und ich glaube, sie hat auch wieder ins Tagebuch was gekritzelt. So. Der Löwe erscheint irgendwo in der Kälte. Die Vermutung wird zur Gewissheit Massimo Gartoso seines Zeichens großindustrieller. Und Milliardär ist tatsächlich der Mann hinter den Kulissen. Damit ist klar, dass es um etwas Großes geht. Aber um was? Und hier, das müssen wir uns merken, 2, 5, 1, 3 oder 25, 13, das ist die Kombination für die Brücke. Dann haben wir das also im Video auch gesehen, dass die hier ansteht, die Nummer hier, ne? So, mehr gibt es hier nicht. Mal zurückblättern. Ah ja, da steht noch mehr. Kann man dann auch mal kurz lesen. Forschungsberichte, Irland. Ah ja, da steht jede Menge, was ich noch nicht vorgelesen habe. Aber das machen wir jetzt mal nach. Das holen wir uns nach. Menschenversuche, Kuba. Anscheinend werden in der Anstalt tatsächlich Menschenversuche durchgeführt. Hauptverantwortlich ist wohl die neue Chefin, Nicole Charles Roy. Ich sag das anders, wie es jetzt hier mal im Spiel gesagt wird. Verzieht mir da bitte. Seltsames Symbol. Kuba. Der arme Paris ist völlig verstört. Die einzige Version, die Nina ihm entlocken kann, ist eine seltsame Zeichnung. Nur, was sollte dieses Symbol bedeuten? Ich meine, das haben wir ja schon herausgefunden, ne? So, Forschungsberichte in Irland. Lord Maranschi hat das Symbol von Paris erkannt. Anscheinend ist Vladimir bei seiner Suche nach weiteren Bruchstücken aus Tunguska auf einen Bericht über ein seltsames Artefakt gestoßen. Ein englischer Forscher beschreibt darin die gleichen Eigenschaften, die auch an dem Bruchstück aus Tunguska beobachtet wurden. Leider war der Fundort des Artefakts aus dem Bericht nicht zu ermitteln. Maranschi sollte daher die kompletten Aufzeichnungen aus dem Nachlass des Forschers beschaffen. Und auch hier fand sich so ein seltsames Symbol wieder. Mord. Berlin Museum. Max findet die Leiche von Kommissar Kanski. Spätestens jetzt wird klar, Ninas Feinde streckt von nichts zurück, auch nicht vor Mord. Unglar bleibt, welche Rolle der dubiose Kanski gespielt hat. Ja, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, oder? Das wissen wir jetzt eigentlich immer noch nicht so richtig. Aber mittlerweile müsste man eigentlich wissen, dass Max kein Verräter ist, sondern eben die anderen hier, dieser Oleg und so weiter. Verraten und Vergessen. China, Himalaya, Max ist zu der Fabrik mit Nina nicht erschienen. Hat er die ganze Zeit, äh hat er sie die ganze Zeit nur über ausgenutzt. Nina muss sich also ohne ihn auf den Weg nach dem, äh zu dem Vergessenen folgt, der die Zoper machen. Erneuter Verrat. Irgendwo in der Kälte. Nina hat tatsächlich eines der sagenumwobenen Artefakte der die Zoper gefunden, aber sie ist nicht die einzige, die ihr Ziel erreicht hat. Offenbar hat auch Oleg sie die ganze Zeit nur benutzt. Sobald sie das Artefakt in Händen hält, schlägt er sie von hinten nieder. Naja gut, wir haben ja noch gesehen, ne? Also von hinten war es auch nicht wirklich. Er hat uns einfach wieder einen Haken verpasst. In der Höhle des Löwen, irgendwo in der Kälte, Nicole, Charles Roy, Oleg und Sergej sind hier. Noch erstaunlicher als diese Tatsache ist jedoch die seltsame Maschine. Was haben sie damit vor? Ja, diese komische, rotierende Maschine da hier. Das ist vielleicht die Gedankenmanipulierungsmaschine da im großen Stab, im großen Spiel, ne? So, das haben wir jetzt gelesen ja schon. Der Löwe erscheint. So, fertig. Alles klar. So, dann gehen wir mal raus. Wir werden wohl wahrscheinlich irgendwann den großen Show da mit den dreien da haben dann hier. Jetzt mittlerweile vier, weil der komische Maserati da jetzt gekommen ist, oder wie er heißt. Ja, ist mir der Name schon wieder entfallen. Ja, so schnell geht es bei mir manchmal. So, dann gucken wir mal. Bing! Ja, Rätselhilfe brauchen wir nicht. Die kommen jetzt hier mal 25... ...13. Eins, drei, so, das wäre geschafft. Bin mal gespannt, was mich in dem Raum da drüben erwartet. Ja, dann gucken wir doch mal. Gänns rein und schauen ins eine. Oh, ein Radar. Bing, bing, bing. Hier ist auf jeden Fall was. So, mal gucken. Mal gucken. Geräte. Geräte. Ja gut, die sehen ein bisschen hier komisch ausgebaut aus oder so, oder? Ne, das ist so rausgeklappt. Kann man drehen, wie bei so einem U-Boot so ein bisschen, ne? Beim Sonar. Hier auch. Kann man wahrscheinlich die Radarantenne dann drehen. So, was ist denn das? Kiste. Was ist da drin? Videokassetten oder so? Voll mit Feuerwerkskörpern. Oh, das könnte einen großen Knall geben. Ich nehme mal ein paar mit. Und die Streichhäuser hier am besten auch. Das sind doch Dynamit und keine Feuerwerkskörper, du. Was sagst du denn? Ein paar? Das ist doch bloß einer. Bodenfeuerwerk. Ich nehme mal an, dass die damit den Landeplatz für Hubschrauber und Flugzeuge markieren. Naja, das sind ja eigentlich nur Leuchtfackeln. Die sind aus dem Nightclub Lady. Lag nicht in der Kanalisation in Moskau auch schon so ein Streichholzheft rum? Ja. Seltsam. Okay, Geräte. Die Geräte sehen allesamt völlig veraltet aus. Anscheinend wurde nur in die Sachen investiert, die unbedingt notwendig waren. Naja, nur dass die alt sind, heißt das ja noch nicht, dass die schlecht sind. Manchmal ist das Alter sogar noch besser, wie das neuwertige Klump. So, dann haben wir hier nochmal Geräte. Mess- und Analysegeräte. Was genau man damit macht? Keinen blassen Schimmer. Ja gut, man muss ja nicht alles wissen oder können, ne? So, dann ist noch der große Radartisch hier. Da ist irgendwas ganz in der Nähe der Forschungsstation. Wahrscheinlich ein Flugzeug. Vielleicht können die mich ja hier rausholen. Ich müsste mich nur irgendwie bemerkbar machen. Ja, dafür wird man wahrscheinlich das Zeug brauchen, das Leuchtfeuer. Es steht jetzt auch da, auf Feuerwerkskörper das zu nennen. Naja. Ist ein bisschen übertrieben. Aber ja, was bin ich schon, um das in Frage zu stellen. So. Wir gehen wieder aus, eh. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Das ist die große Frage. Ja, könnte da näher sein. Ja, schöner wäre es gewesen, wenn wir eine Leuchtpistole gefunden hätten. Hier drin können wir wahrscheinlich eh nichts mehr jetzt machen. Denken wir, dass wir noch draußen müssen. Wir haben ja noch die Harpune. Die muss jetzt irgendwas wichtig sein auf diesem Dampfer da. Die war, glaube ich, da. Ja. Die ist auch nach oben gerichtet. Also das ist sehr verdächtig. Die könnte man auch nach unten klappen, klar. Aber ich denke, dass die hier so festgefroren ist sowieso. Meine Vermutung wäre jetzt die. Wir machen da das Leuchtfeuer fest an der Harpune und schießen die dann ab. Das ist so meine Idee. Ja, bloß, ähm. Gucken wir, was passiert. Die Streichhölzer brennen gut. Die Lunte hingegen überhaupt nicht. Hm. Ist wohl mal nass geworden. Okay, wir brauchen irgendeinen Ersatz. Seit der Geißentran ist brennbar, wurde als Lampenöl verwendet. Dann können wir das vielleicht mit Tran tränken, dass wir das wieder gangbar bekommen, das Gerät hier. Ja, also ein nasses Scheißzeug haben sie da. Also okay. Wenn ich die Zündschnüre mit dem Waltran übergieße, funktionieren sie hoffentlich wieder. Ja, hoffe ich auch. Was interessant ist, dieser Walfänger hier, der ist doch bestimmt aus Metall komplett, ne? Und der hat aber tatsächlich hier Segelmasten. Die sehen mehr aus, als wären sie aus Holz gewesen oder so. Gut, kann natürlich auch Metall sein, dass es marode geworden ist und hier abgebrochen ist, ne? Hat mich jetzt bloß gerade so irgendwie gewundert hier, weil er da so abgebrochen ist. Oder eigentlich abgebogen, je nachdem. Aber lassen wir das jetzt, ne? Ich sehe immer Sachen, ne? Und mache mir da halt Gedanken dazu. Und hier ist auch so ein Drehrad. Das sieht mehr aus wie so ein Spiel, so ein Ankerrad oder was. Ja, ja, der Lego, der sieht auch alles, ne? So. Machen wir das mal dran. Oh, das geht jetzt automatisch. Ja, Feuerwerk! Da haben wir ein Propellerflugzeug, viermotorisch. Okay, sie drehen auf jeden Fall ab. Winke, winke! Okay, sie konnten hier auf jeden Fall landen, sehr schön. Was für ein Zufall! Oh, Max! Oh, die Kapuzen heilen sie es wieder. Oh-oh! Äh! 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 Jetzt lassen wir doch mal erklären. Vorher habe ich die Typen nie gesehen. Das musst du mir glauben. Muss ich das? Dein Vater ist bei seinen Nachforschungen zur Tunguska-Katastrophe auf etwas gestoßen, das unbedingt geheim bleiben sollte. Die Sekte hat alles dran gesetzt, damit dieses Geheimnis nicht in falsche Hände gerät. Was soll das gewesen sein? Die Leute glauben, dass sie Nachkommen von Außerirdischen sind. Oh Gott. Und die Tunguska-Katastrophe wurde von einem Raumschiff ausgelöst, das bei dem Versuch abstürzte, die letzten Überlebenden ihrer Art von der Erde zu retten. So ein Schwachsinn. Psst. Glaubst du das etwa? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Erinnerst du dich an deine Begegnung mit der Sekte? In Tunguska? Ja, war schon seltsam. Tatsache ist, bei der Tunguska-Katastrophe 1908 stürzte ein undefinierbares Flugobjekt ab. Es wurden aber keine Überreste gefunden. Dann tauchen Jahre später sonderbare Bruchstücke auf. Dein Vater untersucht diese und findet heraus, dass sie zum einen nicht von der Erde stammen, zum anderen aber bearbeitet wurden. Die Kalenko-Expertise? Genau. Dann gelangt das Material an das Militär und deinem Vater werden alle weiteren Nachforschungen untersagt. Als er sich daraufhin mit Manuel Perez trotzdem noch einmal in die Tunguska-Region aufmacht, wird Perez zufällig Opfer eines Experiments, das das Militär dort mit dem außerirdischen Fundstück durchführt. Dein Vater erkennt die Gefahren, die von dem Material ausgehen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, forscht er weiter, bis er auf die Spuren der Zopa stößt, deren verlassene Höhlen er in China findet. Hier entdeckt er Artefakte, die aus dem gleichen außerirdischen Material bestehen, wie das Bruchstück aus der Tunguska-Region. Eine seltsame Verbindung, findest du nicht? Und eins der Artefakte ist jetzt hier, überbracht von Nina Kalenko. Die Anlage gehört Massimo Gartuso. Hast du den Namen schon mal gehört? Milliardär, dreimal geschieden, sieht umwerfend aus. Du kannst ihn gleich nach einem Autogramm fragen. Was? Er ist hier. Ich hab ihn unten in der Station gesehen. Hoffentlich kommen wir da nicht zu spät. Er hat sich über Mittelsmänner in sämtliche Telekommunikationskonzerne eingekauft und wird in Kürze das komplette Mobilfunknetz kontrollieren. Na und? Hast du Angst, dass die Minutenpreise steigen? Hört mal ernst, Nina. Hast du denn keine Vorstellung davon, was die hier vorhaben? Denk mal an den Unfall von Peres, die Nervenklinik in Kuba, die französische Wissenschaftlerin und die Tierversuche der Russen. Hilf mir auf die Sprünge. Die arbeiten hier in einer Technik zur Gedankenmanipulation. Also ich weiß nicht. Erst kommst du mir mit diesen Außerirdischen und nun das? Klingt etwas unvorstellbar, ich weiß. Aber die Erforschung dieser Technik ist alles andere als neu. Es ist meines Wissens nach noch keinem gelungen, aber mit diesem außerirdischen Material? Oder glaubst du, dass Massimo Gartuso so einen Zirkus veranstalten würde, wenn das Artefakt nur einen archäologischen Wert für ihn hätte? Die Sekte glaubt, dass er kurz davor ist, diese Technik einzusetzen. Und was uns dann blüht, kannst du dir ja ausmalen. Also traust du diesen Leuten? Zumindest deutlich mehr als diesem Gartuso. Und was habt ihr jetzt vor? Die Sekte kümmert sich um die Sprengung der Sendeanlage. Und wir müssen einen Weg finden, um das Experiment selbst zu stören. Kennst du dich da drinnen aus? Gibt es vielleicht eine Art Kontrollraum oder so etwas ähnliches? Na, dann folgen Sie mir mal unauffällig. Jawohl, Kommandant. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich habe in den Höhlen in China dein Handy gefunden. Dachte, du könntest es bestimmt noch brauchen, falls du mich später mal anrufen willst. Deine Nummer weiß ich auswendig. So, der Fahrstuhl müsste wieder funktionieren. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn wir darauf warten, bis die Mitglieder dieser Sekte draußen die Antennenanlage gesprengt haben. Und wenn nicht, noch haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Du willst da also wirklich runter? Ja, und jetzt komm. Okay. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Der Fahrstuhl scheint noch zu funktionieren und einige Türen auch. Aber die anderen kriege ich nicht mehr auf. Nina? Hörst du mich? Na prima. Ich muss die Türen so schnell wie möglich wieder aufkriegen, sonst haben wir ein echtes Problem. Und davon haben wir schon mehr als genug. Hoffentlich wartet Nina auf mich und macht keine Dummheiten. Aber wie ich sie kenne, wird sich diese Hoffnung wahrscheinlich nicht erfüllen. Max scheint mich durch die Tür nicht zu hören. Und nun? Hoffentlich kriegt er die Tür wieder auf. Aber darauf warten kann ich eigentlich nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielleicht funktioniert der Fahrstuhl ja noch. Dann kann ich mich da unten schon mal ein bisschen umsehen. Ja, der ging doch gerade noch. Hast du auch gesehen, oder? Die haben sich da so ein bisschen was aufgebaut. Das ist halt das Volk da sozusagen, denke ich mal dann, ne? Und jetzt ist man so richtig. Und die wollten eigentlich die Erde verlassen, haben es nicht geschafft, sind da abgestürzt und ja. Und da sind halt Brocken übrig geblieben. Und was ist, wenn es halt jemand findet? Ist ein Problem, ne? Und das versuchen sie eben jetzt in den Griff zu bekommen. Und wir helfen ihnen jetzt dabei natürlich auch. Ja, was ich noch so sagen wollte. Die ganze Zeit, ja, man hatte halt gedacht, dass dieses Auto, diese Limousine oder wie man das nennen soll, dass das von den anderen da eben ist, von den Sergej und so weiter und vom Gattuso, dass die dann praktisch abgeholt haben, sich darum gekümmert haben. Wer jetzt am Ende den Kommissar getötet hat, wissen wir nicht genau, ne? Aber ja, gut, das ist jetzt auch kein Spiel, jetzt keine große Rolle mehr. Ja, der ist halt, der hat halt da Federn lassen müssen, was soll's. Gut, wir machen mal hier weiter. Und zwar ist hier ein Aufzug. Nehmen wir den mal den Aufzug. Die Brücke ist wieder eingezogen, interessanterweise. So, und das sieht aus so ein bisschen wie so ein Zern hier, so ein Teilchenbeschleuniger hier, ne? Na, schauen, das soll ein Heizkörper sein. Radioaktiv, sieben. Also, äh, radioaktiv, das ist nicht so gut. Wo ist so ein Strahlanzug? Da ist so eine Tresortür. Oder auch so eine Blastour, da ist auch eine Kamera. Eine der Überwachungskameras. Hoffentlich hat Max im Kontrollraum die Monitore immer im Blick. Na, das bringt dir ja nichts. Sondern, da müssten wir ihn ja anrufen. Das heißt, wir können es einmal versuchen. Das Ding hat allen möglichen Schnitt. Na, das wollte ich gar nicht. Probier mal. Ich hab hier keinen Empfang. Ah ja, gut, wir sind im Bunker. Da haben wir ein Ventil. Das können wir bestimmt nicht öffnen. Jemand hat das Rad entfernt, mit dem sich das Ventil auf- und zudrehen lässt. Das ist blöd, aber. Jetzt ist da nur noch eine Stange. Aber es bringt uns ja eh nichts. Die Heizung läuft ja gar nicht, oder? Mit den Händen kann ich das weder auf- noch zudrehen. Ein Heizkörper. Können wir mal hinlaufen. Der Heizkörper fühlt sich kalt an. Ja, wir müssen aufdrehen. Ja, und dann geht es ja eh noch weiter. Hier sind Eiszapfen. Was für ein riesiger Eiszapfen. Können wir den irgendwie mitnehmen, oder so? Den kriege ich so nicht ab. Dafür ist der viel. Viel zu massiv. Okay. Ja, jetzt haben wir wieder so ein riesen Inventar. Können wir den abschlagen? Ja. Dazu dient das jetzt das Schild. Ich hoffe, das verschwindet dann mal aus dem Inventar. Ich mag das nicht, wenn man so viel hat. Jo. Was machen wir mit dem Eiszapfen? Was für ein riesiger Eiszapfen. Irgendwas wird dann notwendig sein. Dann haben wir hier die Tür und hier die Tür. Mal gucken, ob die geht. Ich höre Stimmen dahinter. Solange ich keine Armee hinter mir habe, sollte ich da nicht unbedingt rein. Ja. Ja, das Interessante, der Gattuso kam ja hier bestimmt runter. Und das ist bestimmt die Tür, wo er durchkam. Also muss der Fahrstuhl ja schon vorher mal funktioniert haben oder so. So, wo geht es denn hier hin? In den Reaktor oder so? Aber radioaktiv ist nicht so toll, finde ich. Wir werden alle verstrahlt. Oh, die Ketten. Ja, das sieht schön aus, als hätte man da jemand angekettet. Eine Eisenkette, die mitten im Raum hängt. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Ja, ich glaube, das willst du auch nicht wissen. Kannst du die mitnehmen? Ja, du kannst damit was machen. Okay. Rohr? Das Rohr führt durch die Wand in den Gang. Okay. Die Kette müssen wir irgendwo hinmachen. Wahrscheinlich ein Fass. Mit einem Gabelschlüssel. Warte mal, das ist ein Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel verhindert, dass der Deckel aus Versehen aufgeht. Ach so. Ja, dann lass mal aufgehen. Da ist feuergefährliche Witzigkeit. Ich sollte es besser nicht umkippen. Die Aufkleber darauf versprechen eine Menge Ärger und davon habe ich bereits mehr als genug. Ach, schade. Da sind zwei Aufkleber drauf. Explosionsgefahr und nicht mit Wasser in Berührung bringen. Dafür, dass das Zeug so gefährlich sein soll, macht das Fass aber keinen sehr stabilen Eindruck. Okay. Ich sollte es besser nicht umkippen. Die Aufkleber darauf versprechen eine Menge... Okay. Gefahrenschild. Das Schild warnt davor, dass bei Kontakt mit Wasser chemische Reaktionen ausgelöst werden könnten. Die Farbe ist dermaßen brüchig, dass sie schon beim Anschauen abbröckelt. Das Schild ist festgenietet. Okay. Brauchen wir das Schild? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Haben wir sonst noch was hier? Haben wir eine Eiswand? An einigen brüchigen Stellen sieht man das Eis hinter dem Mauerwerk. Wir müssten uns also unterhalb des Meeresspiegels befinden. Okay. Da ist schon mal was eingesickert. Ja, so könnte man eventuell die Anlage irgendwie noch stören oder halt das Experiment, ne? Haben wir noch irgendwas? Ich habe eine Vermutung. Können wir die Kette an dem Schraubenschlüssel dran machen? Dass der dann bei Bedarf rausgezogen wird? Ne, geht nicht. Geht nicht. Wir können das hier nicht festmachen. Oder am Rohr irgendwie festmachen. Auch nicht an der Tür. Auch nicht. Aber da muss ich dann noch was machen. Mal können wir eigentlich. Ja, weil wir den Pömpel ja noch haben. Ähm. Ja. Wir brauchen ja die Heizung, ne? Wir könnten ja zurück und die Heizung einschalten. Wir haben ja das Ei. Vielleicht können wir uns ja auch anders bemerkbar machen. Weil wenn der ja im Kontrollraum die Kamera sieht, der sieht uns ja jetzt auch laufen hier wahrscheinlich. Vielleicht können wir dann irgendwie Signal geben, aber wir haben ja im Feuerzeug kein Benzin, oder? Oder können wir dann irgendwie Leuchtzeichen geblitzeln, so irgendwie? Ich probiere es mal. Das geht anscheinend. Kein Feuer in der Heizung? Na, dann wollen wir mal den passenden Knopf suchen, der etwas einheizt. So, das sollte es gewesen sein. Ja, unlogisch ist, weil wir das Ei ja noch haben, dass es geht jetzt. So, jetzt. Das hat ja auch so eine komische Öffnung hier, das Ei. Vielleicht können wir das als Ventilersatz benutzen. Ne, doch nicht. Okay. Eimer. Ah, wir können den Eimer da drauf leeren. Okay. Mit den Händen kann ich das weder auf- noch zudrehen. Ne, achso. Ich hatte den Eimer gerade nicht in der Hand. Achso. Wir brauchen irgendein Tool, um das zu drehen. Kann ich das hier weiter? Wozu haben wir denn das hier noch? Ah, das Schild haben wir immer noch. Das hilft uns auch nicht weiter. Was? Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Wir können da vielleicht ein Gewinde drauf schneiden. Ich habe ein Gewinde aufgedreht. Ja, sehr schön hast du das gemacht. Ohne Öl und alles. Okay, gut. Was bringt uns das Gewinde? Wir bräuchten ja dann irgendwas, was wir da dann drauf schrauben können. Geht das vielleicht jetzt? Nina, du stehst du im Weg. Wo hätten wir denn was, wo wir Gewinde? Ich habe noch nichts, wo wieder mal durchprobieren hier. Na, das kann ja nicht sein hier. Okay. Mit den Händen kann ich... Und wozu brauche ich den Eiszapfen? Oder vielleicht brauchen wir den Eiszapfen, um da drin das Fass dann zu zerschlagen oder so. Wir probieren mal was. Kann ich den Eiszapfen da rein machen? Es geht. Okay. Der ist riesig, ja. Oder können wir damit das Räume irgendwie aufpicken oder so? Warte mal, wir können das wieder anklicken. Können wir jetzt mit dem irgendwas machen hier an dem Ding? Das Rohr können wir anvisieren. Okay. Was macht sie jetzt denn? Mit das... ...dann so pong und dann fliegt das Fass und ja. Ich glaube, das ist der Sinn dahinter. Und das ist ja ein Heizrohr. Und wenn das warm wird, dann... ...schmilzt das Ende weg und ...knallt er voll dagegen. Und wenn man Glück hat, dann ist da auch Wasser und so und dann gibt es eine chemische Reaktion. Ja, ja. Das könnte sein. Na, wozu haben wir immer noch das blöde Syncone? Da müssen wir ja noch was präparieren. Ein Fass am Schlüssel. Warum gehst du auf dem Schild? Was macht denn das für einen Sinn? Na, wir machen es mal. Die Farbe ist an dem Silikon kleben geblieben. Mit etwas Fantasie kann man tatsächlich das Schild wieder erkennen. Ja, warum machen wir jetzt da sozusagen einen Silikonabdruck mit dem Schild da drauf? Die abgeblätterte Farbe von dem Schild ist jetzt auf dem Silikonabdruck. Das kein Wassersymbol ist halbwegs gut zu erkennen. Oder ist das jetzt das Alibi, dass wir das jetzt eben nicht mehr haben und dann können wir das wegmachen oder was? Ja, jetzt können wir den Schraubenschlüssel entfernen. Okay. Hoffentlich geht der Deckel jetzt nicht auf. Flatsch. Ich sollte es besser nicht umkippen. Die Aufkleber darauf versprechen eine... Ja, passt schon. Gut. Dann ist das schon mal präpariert. So, jetzt können wir den Schraubenschlüssel oder den Maulschlüssel, Gabelschlüssel, wie auch immer, nehmen. Warte mal, da liegt doch eine Mutter, oder? Ja. Die Mutter ist aus der Halterung der Rohre rausgebrochen, als ich den Eiszapfen da hineingeklemmt habe. Ah ja, können wir die mitnehmen? Interessant. Können wir die nochmal angucken? Die Mutter ist aus der Halterung. Ja, passt schon. Vielleicht können wir die als Ersatz am Ventil benutzen und zufälligerweise hat es wahrscheinlich den richtigen Durchmesser. So, jetzt hat Lärm das Gefahrenschild... Ah, ne, geht nicht. Okay. Können wir nichts machen. So, dann gehen wir mal wieder raus. Entschuldigung. Na ja, jetzt fängt meine Stimme schon wieder an zu spinnen. Jetzt gucken wir mal, dass wir das mal da drauf drehen. Ich habe gerade kein Gutzle mehr in der Nähe. Kein Bonbon. So, und jetzt hat Lärm, mal gucken, ob das funktioniert. Passt natürlich alles. Keine Chance. Gut, da gibt es so einen blöden Spruch in der Mechanik. Ja, äh... Mächtig ist die Kraft des Mechanikers, wenn er mit Verlängerung schafft. Das geht ein bisschen anders, aber so ähnlich. Soll heißen, wir brauchen irgendein Rohr. Wollen wir das machen? Vielleicht hilft uns das Schild weiter. Das hat doch ein Rohr dran. Ja, jetzt haben wir einen verlängerten Schraubenschlüssel. So, und jetzt haben wir Kraft. So, jetzt geht's. So, wird jetzt der Heizkörper warm? Eigentlich sollte es jetzt warm werden, aber der Heizkörper gluckert nur vor sich hin. Ich vermute mal, es befindet sich zu wenig Wasser im Heizkreislauf. Äh, gut. Jetzt haben wir hier... Die abgeblätterte Farbe von dem Schild ist jetzt auf dem Silikon... Ja, kein Wassersymbol. Da wir ja mit dem nicht telefonieren können, können wir ihm das Schild anziehen. Deswegen macht das Sinn. Wenn mein Plan funktioniert und Max meinen Hinweis versteht, wird die Heizung warm und damit auch die Rohre, in denen der Eiszapfen steckt. Wenn der dann schmilzt und aus den Rohren rausrutscht, wird er hoffentlich das Fass von dem Regal auf den Boden schubsen. Und sobald der Deckel von dem Fass aufgeht und diese hochexplosive Chemikalie mit dem Eis auf dem Boden in Berührung kommt, macht's kabumm. Ein toller Zeitzünder. Wenn ich hier irgendwie raus könnte. Ich sollte also gleich anschließend das Ventil wieder schließen, sonst fliegt die ganze Bude mit Max und mir zusammen in die Luft. Wasser? Heizung? Fehlt da Wasser in der Heizung? Ich werd mal schauen, ob ich hier irgendwo einen Regler für die Wasserzufuhr finde. Ich hoffe, das war der richtige Schalter. Der kennt sich aus. Nina, pass auf. Hab ich doch richtig gehört. Die Dame hat es also tatsächlich geschafft, sich zu befreien. Dann komm mal mit. Der Chef freut sich schon drauf, dich endlich mal kennenzulernen. Aber ich nicht. Mist. Das ist ja ein bisschen von deinem. Entführung, schwere Körperverletzung und was sonst noch alles dazu kommt, gehört bei Ihnen also zum guten Ton? Nein, aber besondere Ereignisse erfordern leider nun einmal besondere Maßnahmen. Aber da Sie nun schon mal hier sind, darf ich Sie herzlich einladen, ganz exklusiv und aus der ersten Reihe einer Weltpremiere beizuwohnen. Darauf kann ich verzichten. Da würde Ihnen aber etwas entgehen. Sie werden Zeuge wie meinen neuen Marketingmaßnahmen, die Menschheit, in eine glücklichere Zukunft führen. Da bin ich aber gespannt. Völlig zu Recht. Sie kennen das doch sicher selbst. Tagelang überlegen Sie, welches Kleid Sie kaufen wollen. Dann noch ein Streit mit Ihrem Freund, ob man sich lieber für die rote oder doch eher die grüne Couch entscheiden sollte. Ich brauche keine Couch und schon gar keine grüne. Ich nehme den Menschen diese Probleme in Zukunft ab. Durch Gehirnwäsche? Ich nenne es Entscheidungshilfe. Dadurch bleibt den Leuten nicht nur viel Ärger erspart. Sie haben auch viel mehr Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Die du willst. Sie müssen zugeben, eine wahrhaft edle Geste von mir. Ich muss zugeben, Sie sind noch kranker, als ich gedacht hatte. Es geht Ihnen nur darum, Ihre Produkte zu verkaufen. Die Menschen sind Ihnen scheißegal. Schade, dass Sie meine Pläne nicht zu würdigen wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, sich daran zu stören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den ersten Testlauf vorbereiten. Und wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat geben darf, freuen Sie sich, bei diesem Schauspiel dabei sein zu dürfen. Wäre doch schade, wenn Sie Ihre letzten Stunden nicht genießen würden, oder? Ah, okay. Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Eiszopfen aus dem Rohr rutscht. Ich muss hier schnellstens raus. Gut, okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Wir sind jetzt wahrscheinlich so ziemlich beim Finale. Wie lange das Spiel noch geht. Es kann jetzt sein, dass es noch 10 Minuten sind oder auch nicht. Ich würde mal sagen, aber an der Stelle, wir machen tatsächlich einen Cut. Und wenn es dann halt nur 10 Minuten sind, dann ist es einfach so. Ich habe ja dann zum Schluss auch immer noch was zu sagen vom Spiel her. Ja, ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es dann beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.